Mit kleinen Dingen große Freude machen. Weihnachtsgeschenke zum Thema Gesundheit, Schönheit und Dekoratives liegen heuer im Trend. Gerade in der jetzigen Zeit sind hochwertige Naturkosmetikprodukte sowie nette Aufmerksamkeiten für ein dekoratives Zuhause sehr gefragt. Reichhaltige Körperpflege, wohlriechende Bäder mit beispielsweise Zimt und Granatapfel oder eine Tasse Tee mit Bratapfel und Orangen leiten die Weihnachtszeit stimmungsvoll ein. Mit einer persönlichen Beratung findet man das passende Geschenk für seine Liebsten, auf Wunsch auch ansprechend verpackt. Diesen Servicetipp widmen Ihnen die oberösterreichischen Drogerien und Parfümerien in der WKO Oberösterreich.